Ich versuche so viele wie möglich, aber alle ist nunmal halt auch nicht möglich. Oh, ich kann mir einen Mule. Oh, oh, wir werden angeriffen. Oh, wir werden nicht so viele Vikings, ob ich da mit vorankomme. Wollen wir mal gucken. Ich hoffe, die haben nicht so viel Anti-Air. Das klappt ja gut, die rauszulocken. Aber ich habe schon einen Viking verloren, das ist blöd gelaufen. Nicht genügend Mineralien. Ja, dann müsst ihr mal hier ein bisschen zackiger abbauen. Komm, mal ein bisschen voran machen hier. Wollen wir mal gucken, ob wir über den Boden... ... hier jetzt vorankommen. Komm, mach es erstmal hier platt. Sir, ich orte einen gewaltigen Energieanstieg. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. Das ist toll, und was soll ich da jetzt machen? Das ist mein Emotiger! Komm. So. Oh, hier kaputt machen eben. Hier kaputt machen eben. Die kleinen Berserker eben kaputt machen. Hier eben kaputt machen. Waffen optimieren! Ähm, ja. Das sieht jetzt eigentlich nicht mehr so prickelnd aus. Oh, Manda. Ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Ja. Ihr seid auch lustig, ey. Na, da. Ich hab grad auch nichts besseres zu tun. Ah, ich kann ja vier Mules. Und noch einen! Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen dieses Schiff aufhalten. Die wollen unser Schiff zerstören. Wir werden alle sterben! Toll, Gas habe ich genug. Okay, wir wollen es mal versuchen. Ah ne, ihr bleibt doch erstmal hier und... ...hilft hier mal. Auf geht's, wir wollen den Kolonisten helfen. Ich glaube nicht, dass wir auch nur die geringste Chance gegen die Protosser haben. Mit unseren Vikings. Aber wir wollen den Kolonisten helfen. Waffen optimiert! Waffen optimiert! Die Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. Kolonisten haben ein paar Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Wir sollten sie mitnehmen. Sehr schön! Ja, haben wir doch schon gemacht. So, jetzt können wir abhauen. Ich bin gleich da. So, da ist das nächste Nexus. Da wollen wir da mal eben hin. Ich bin für die Schlacht gebogen. Transformationssysteme optimiert. Die Protosser sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. Naja, wir machen inzwischen auf dem Weg zur nächsten Nexus. Aber die haben wir ja evakuiert. Jetzt wird geblendert. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Ach toll. Nur zu. Aha. Zeit auszurücken. Benötige weitere Depots. Ja, weiß ich. Dann lasst uns mal loslegen. Ja, ab hierher. Bin gleich da. Ach du Kracke. Und landen. So. Mach mal hier erst eben den Koloss fertig. So. Gut verteidigt ist die Basis ja eigentlich nicht. Niemand lebt ewig. Alter, was hat die... Was hat die da gemacht? Oh mei. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Lass ihn denn keine Chance sich neu zu formieren. So, wollen wir auch den restlichen Schrott noch von denen zerstören. Waffen optimiert. Jetzt wird geblendert. So, hier machen wir jetzt mal hier hin und bauen hier noch vier. Und bauen hier noch ein paar Rind. Und ich würd sagen, mit denen machen wir jetzt eben die nächste Nexus platt. Zeit auszuholen. Energieausstoß hat seinen Höchststand erreicht. Die Protoss werden die zweite Kolonie Basis zerstören. In Ordnung. Alter, was haben die hier gemacht? Ganz ehrlich? Das ist doch nicht mehr normal. Boah. Jetzt wird geblendert. Alter. Wir wollen mal hier hinten rum angreifen. Macht mal hier den Faden weiter Schrott. Und den hier. Boot ausgeschwadet im Anflug auf Kolonistensiedlung. Boot ausgeschwadet im Anflug auf Kolonistensiedlung in Deutschland. Alle mal wieder abheben und mal eben hier angreifen, da angreifen, mal eben landen, ne mal eben wieder starten und hier angreifen. Aus, die Protos wollen uns umbringen. Das war ganz schön knapp. Vielen Dank. Kolonisten sind erfolgreich aus der Siedlung evakuiert worden. Ähm, 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 eben trotzdem landen. Abheben und mal eben zu meiner Basis. Hier. Macht mal was. Okay, dann brauchen die ja doch nicht mehr. Zum Sieg. Das gefällt mir. Sicher doch. Ähm, Mineralien brauchen wir nicht mehr. Vikings brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Bereit für den Krieg? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. landen. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Macht die Sonden kaputt. Sie haben sie fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Mach mal keinen Stress. Die Schilder der Purifier haben keine Energie mehr! Greifen Sie sie jetzt an! Abheben! Und hier alle auch angriffen! Dann lasst uns! Jetzt wird geblendert! Das Glück ist mit den Mutigen! Die Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Komm, ballert einfach auf die Purifier! Kommt schon, die ist fast kaputt! Drei, zwei, hundert, jawohl, jetzt macht hier... Ja, gut, nicht mehr so wichtig jetzt! Rotos, ziehen Sie sich zurück! Du hast es geschafft! Wie viel sind die Geschichten über eure Raffinismus nicht übertrieben, Janis Rainer? Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als Verrecht nicht erweist. klar, Erfolgerung! Ein sicherer Hafen! Erfüllen Sie alle Missionsziele! Haben wir! Retten Sie in ein sicherer Hafen, auch im Schwierigland normal! Drei Außenposten der Kolonisten! und geschafft haben wir nämlich retten sie in ein sicherer Hafenmaus und Schwierigkeitsschwer zwei Außenposten der Kolonisten. Ja, 15 Minuten haben wir nur gebraucht, das ging relativ schnell. Ich weiß nicht, ob ich den Schwierigkeitsgrad erhöhen soll. Normal ist ein bisschen einfacher und ich weiß nicht, ob ich den Schwierigkeitsgrad abkacke.